Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Licht und Fensternis, das Alternate mit dem Werten Riku und es geht weiter. Ja, das letzte Mal haben wir relativ viele spannende Sachen hier erlebt. Und ja, Part 50, juhu, was für eine Zahl und das in so rasanter Zeit. Mir kommt es fast noch vor, als hätten wir gestern mit dem Projekt angefangen. Wir kommen super schnell voran. Ja, ich habe gerade Dark Souls abgeschlossen, den letzten Endgegner gekillt und endgegnertechnisch geht es nun auch weiter, denn das hat der Werten Riku für mich übrig gelassen. Ein Endgegner, wie schön. Gucken wir mal. So, dieses Gestrüpp hier sollen wir besiegen. Okay, das sieht so aus, als ist das noch... Ah ja, Herz Teil A und Herz Teil B wahrscheinlich und das schwarze Herz. Gut, dann, ähm, ohne was zu wissen, werde ich einfach mal mich erstmal um diese kleinen Herzteile hier kümmern. Sind die down, kümmern wir uns um das Fett um die Mitte. Bin immer gespannt, wie das jetzt klappt hier. So, erstmal ein bisschen Energie sammeln. Wir haben Alexiel, Lea und natürlich Tiaram in der Gruppe. Können wir dann auch mal wieder wechseln. Aber jetzt erstmal noch ein bisschen Energie sammeln. Momentan die buffen die Gegner uns nur. Damit kann ich ja leben, vorerst. So, jetzt können wir langsam an Magie denken. Haben wir hier noch was Feines? Ne, hier ist kein Talisman. Was hatten wir denn hier? Initiative, minus 50, nur Lea. Ne, okay, das ist nicht so tolle. Ne, lassen wir mal. Was haben wir hier? Alle... Äh, hier. Ich muss mich erst wieder ein bisschen einfinden. Bernsteinfäden, Angriff zu 100. Okay, das klingt nice. Das geht aber noch nicht, da brauchen wir zwölf Energie. Okay, dann weiß ich schon mal, was ich mit Lea mache. Aber jetzt wird sie erst nochmal stinkend nochmal angreifen. So. Ja, hast du denn einen Talisman? Ja, den goldenen Adler. Den machen wir dann gleich mal. Hoffentlich geht er auf alle. Also, im Endgegner darf man es rauskochen, ne? Ist doch klar. Yes, das ist doch mal sehr nice. Ah, das Herzteil lebt noch. Das habe ich mir schon gedacht. So, was hast du? Den grünen Ritter. Alles, raus damit. So Beschwörungen sind ja schon was Feines, ne? Jawoll, Haus, raus hier. Oh, auch nett. Wenn auch nicht so gut. Natürlich, klar, das war unser erster Aufruf. So. Jetzt. Aber, äh, was war das nochmal? Bernstein, ne? Jawoll. Geht nur auf eins. Wir kümmern uns um das Herzteil nach wie vor. Das muss man jetzt langsam mal verrecken. Na, das lebt immer noch, okay. Dann machen wir weiter wie gehabt. Ähm, Alexell ist ja auch unser Heiler, sozusagen, ne? Mal gucken. Oh ja, TP plus 300. Hebt alle negativen Dinge auf. Das ist halt klar. Ein Angriff 100 auf alle. Das ist aber auch nett. In der Himmelsregen, genau. Das kostet 8. Ähm, ist noch nicht nötig, würde ich sagen. Greifen wir weiter an. Na gut, der normale Angriff ist sehr billig. Hä, aber gut. Wirkt noch relativ harmlos, das Teil. Wir greifen noch weiter an. Wir brauchen die Energie. So. Ja gut, dann machen wir mal nochmal, ne? Bernstein. Angriff zu 100. Komm, Herzteil töten hier. Jawoll. Dann das nächste. Wir machen erst die kleinen hier fertig. Wenn die erstmal weg sind, haben wir mit dem fetten Ding ein leichtes Spiel, oder? So, als nächstes werde ich auf ne Heilung sparen. Uh, der Schaden war mal nice. So, immer drauf hier. So, jetzt, äh, bumm. Hä, wo ist jetzt denn? Ah ja, hier. Himmelsregen. Ah, sehr schön. Ich denke, da wird nichts schief gehen. Der Gegner ist viel zu sehr beschäftigt, sich zu buffen, oder uns zu buffen. Das ist mir aber wurscht. Wir teilen lieber Schaden aus. Ist doch viel effektiver so. So, jetzt macht er wieder irgendeine Gülle auf uns, die uns egal ist. Ja, sind wir halt langsam. Na und? Wir kommen trotzdem an die Reihe. Wir sind effektiver wie du. So, nehme ich jetzt. Lea, mach deine Magie. Jawoll. Sehr schick. Ja, hast du bald alles auf uns draufgesprochen, du Held. Jawoll, das ist auch Down. Und jetzt die goldene Mitte, das schwarze Herz. Was für ein epischer Anfang für Part 50, muss ich schon sagen, hier. Ach, verdammt, shit, eigentlich. Na, egal, dann mache ich mal was anderes, sonst wird es langsam langweilig. Hm, wer ist dran? Alex, ja, sehr schön. Der hatte doch da, was mache ich so gerne? Den Pfeil der Gerechtigkeit. Genau. Und da ist jetzt auch, ach ja, hebt alle negativen Zustände auf. Ne, wir machen den Pfeil. Das Pfeil mitten in das Herz. Man könnte es nicht mal falsch verstehen. Es handelt sich nicht um Armor. Nein, es ist Alexiel, der das Herz töten möchte. Ich labere zu viel, ich sollte angreifen. So, komm. Energie 15. Dann lassen wir, komm, machen wir noch was. So. Jawoll. Der Schaden hat mir wieder gefallen. Ach, schönes Spiel einfach. So, komm, jetzt hau mal drauf hier. Ich hoffe, das Ding hat nicht allzu viel mehr wie seine kleine Version. Denn ihr merkt schon, wir sind ein bisschen untervor, das muss ich schon sagen. Äh, wer ist dran? Lea, komm. So, ich glaube, Tiaram möchte auch mal hier ein Spezial machen, oder? Na gut, warum greife ich dann nochmal mit ihm an? Okay, nächste Runde dann. Weil jetzt haben wir schon wieder so viel. Jetzt kann die Rück auch schon wieder ihr Bernstein-Dingens machen. So, und dann darf Tiaram auch mal was anderes raushauen. Abwechern hier. So. Gucken wir mal. Was hat denn der Gute nochmal? Auf was haben wir den nochmal getrieben? Das ist ja dabei. Ja, komm, machen wir das. Ah, auch nett. Ja. Weiter geht's. Äh, ich sparen. Ich würde es wieder auf eine Heilung sparen, würde ich vorschlagen. Wenn Alexiel dran ist. So, passt ja wunderbar hier. Äh, Amethyst. Bom, 150. Jo. Ist ja auch eigentlich auch sehr billig mit 8 Energie. Muss ich schon sagen. Nice. So, weiter. Okay. Dürfte er doch langsam den Geist aufgeben, oder? Ja, mal an der Zeit. Na, komm. Nö, er will noch nicht sterben. Gut, dann, äh, kriegt halt nochmal Magie drauf. Was haben wir hier bei Onyx eigentlich? Ach, nee, das war... Näh, Schlaflied ist Blödsinn. Okay, komm, wir machen altbewährtes. Oder? Moment. Nee, komm. Fangen wir nicht an, hier rumzuspinnen. Der muss doch gleich down sein. Jawoll. 150 EP und 0 Grundwürzen. Ja gut, was soll's. Hauptsache EP. Das war einfach. So, so, schön. Äh, ich glaube, ich soll nochmal zum Alchemisten. Hat Rico gemeint. Das machen wir dann auch. Äh, ich hab jetzt aber natürlich die Orientierung verloren, wo ich hier überhaupt hin muss. Ah ja, da war das Rätsel. Das hat Rico schon gemacht. Ähm, ach ja, wir können jetzt nach oben. Das ist doch neu, oder? Oder bin ich jetzt total verkalkt? Hm, ich glaube, wir müssen nach oben. Ich gucke mich jetzt aber hier nochmal um. So, wir reden mal mit dir. Äh, was war das jetzt? Achso, wir können ja bei dem... Ja, stimmt ja. Ähm, der redet anscheinend gar nicht mehr mit uns. Ja gut, auch gut. So, wir müssen nochmal zurück in das Dörfchen. Ich hoffe, ich mach da keinen Fehler damit, dass ich jetzt nochmal zurücklaufe. Wenn nicht, dann... Jo, hab ich halt einen Fehler gemacht. Was soll's. So, ja genau, da wurde alles bereits gecleaned und, äh, falls ihr da was seht, was nicht gecleaned wurde, dann weist mich drauf hin. Dann werde ich nochmal zurücklaufen. Ach ja, und, wie sieht's aus? Wenigstens alter ich nicht, solange ich aus diesem seltsamen Holz bestehe. Das ist ein Vorteil. Doch, ja. Auch zu dem wollte ich ja gar nicht. Ähm, ah ja, nach unten. Dann müssten wir wieder in das Dörfchen kommen. Na, sieht gut aus. Ach Gott, da. The Riddle of Doom. Das hab ich mich ein bisschen blöd angestellt, geb ich zu. Auf einmal hatte ich's dann und frag mich, warum hab ich's so lange gebraucht? Naja. So, wo war der Alchemist? Ich hab da überhaupt keinen Pi mehr. Waren wir hier schon überall? Ja, im Schmiedding waren wir. Äh, das Abgefackelte. Was war hier? Ja, sorry, ich hab's schon wieder vergessen. Ah, das sieht gut aus. Ich danke euch für eure... Äh, Hilfe. Hier habt ihr die versprochene Belohnung. Ein Tigerarmband und 250 EP. Dankeschön. Gucken wir uns das gleich mal an. Und ich würd sagen, es ist mal wieder Zeit für einen Gruppenchange hier. Ah, und können wir hier nicht auch irgendwo Talisman aufladen? Das wär ganz nice. Müssen wir mal gucken. Jetzt aber erst mal Armband angucken. Da haben wir ja alles plus sieben. Ähm... Wo haben wir es dann? Tigerarmband, hier. Oh, Angriff plus zwölf. Das ist nice. Ich geb sie ihm. Komm. Wer hätte... Wer könnte denn das alles plus sieben noch gebrauchen? Ähm... Was hast du da? Ja, so oft machst du eigentlich keine Zauberangriffe. Komm, du machst dann mal alles plus sieben da. Wobei, er ist der Heiler. Wenn er langsamer ist durch die Initiative... Ach, egal. Ich möchte ihn jetzt eh austauschen. Können wir ja dann immer noch switchen, je nachdem wie wir wollen. So. Äh... Ich glaub, hier war's das. Obwohl, ich würd gern wissen... Wo man hier eventuell seine Talismane, ähm... Ja, aufladen kann. Wenn das überhaupt hier geht. Bei dir bestimmt nicht, oder? Naja, du bist ein normaler Held, da. Ah, bei wem konnte man das alles nochmal machen? War das so ein... Ich weiß gar nicht mehr, hey. Boah, ist schon so lange her, dass ich das gemacht hab. Äh... Vielleicht beim Schmied. Das glaub ich aber auch nicht. Ah, Schmied. Naja, da hat Rico ordentlich eingekauft. Das weiß ich. Da müssen wir echt nix mehr machen. Äh... Ja, ich weiß es nicht. Nochmal alles durchschlappen, bis ich den Typ finde. Oder vielleicht finde ich ihn auch gar nicht. Geht doch nur unnötig Zeit jetzt drauf. Oh, mal da gucken. Äh, ja, prima Schutz. Da könnte man doch bestimmt Talismane aufladen. So einem gläubigen Häuschen. Oder? Nee, nee. Okay. Ich find's nicht. Oder es gibt's gar nicht. Je nachdem sucht's euch aus. Hm, warte mal. Was machst du? Habt ihr vergessen, etwas zu kaufen? Nein, ich möchte nichts. Oh, Selenna ist immer noch ein bisschen pissy. Von der letzten Anmerkung. Äh, naja. Schon trollig gemacht. Ne, ich glaub, hier gibt's nichts. Ich weiß es nicht überall. Ich weiß. Ähm, ich geh einfach mal davon aus, dass ich die nächsten Parts jetzt keinen weiteren, äh... ...ein Gegnerboss habe und Riku noch dazu kommt, die Wunder irgendwie aufzuladen. Ja, wo renne ich hin? Wie komm ich raus? Hier, ne? Ja. So. Jetzt geht's endgültig weiter hier. Wenn ich mich nicht total irre, versteht sich. Wie viel Uhr haben wir denn? Ach ja, noch fünf Minuten, da können wir noch was erleben. Schauen wir mal. Guck mal, wo würde ich ja auch noch switchen? Ach ja, jetzt muss ich ja erst wieder durch. Äh, links oder rechts? Ja, ich hab's schon wieder vergessen. Ah, mein Brain. Aber es ist schon spät heute. Ich nehme heute relativ spät auf, damit ihr pünktlich euren Dienstagspart bekommt. So bin ich zu euch. Ich bin durch die Ostern, ähm, ein bisschen in Verzug geraten, gebe ich zu. Ja, wie war bei euch Ostern? Ich hoffe, so, äh, erquickend, schön, wie bei mir. Ich hatte schöne Tage. Doch nun beginnt der Alltag, sprich zocken. Ne, und natürlich arbeiten und so weiter und so fort. Aber jetzt ist erst mal zocken und dann das Bettchen dran. Wofür es dann wieder losgeht. Ja, naja. So, ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir erst mal nicht mehr zurück können, wenn wir hier jetzt weitergehen. Uh, okay. Guter Hinweis. Äh, war gut. Wir haben gespeichert, wir haben das noch geholt, was Riku mir da sagte mit dem Alchemisten. Deswegen, ich würde sagen, wir haben alles und wir gehen trotzdem weiter. Ich bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Vor allem, warum er nicht wieder zurück kann. Okay, Krisensitzung. Wer ist eigentlich dieser Selfier? Du kennst ihn ja anscheinend schon länger. Selfier ist wie ich ein Anwärter auf den Offiziersposten von Bahls Seite. Gleich als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wusste ich, dass mir dieser Bastard ständig in die Quere kommen wird. Er lässt nichts und versucht, mich vor Bahl schlecht aussehen zu lassen. Natürlich kann er mir nicht das Wasser reichen. Das macht ihn wohl sehr zu schaffen, dass er sogar extra auf die Oberwelt kommt. Im Moment scheint es uns aber eine Schwertlinge voraus zu sein. Ha, wie ich ihn kenne, er hat er im Moment ziellos durch die Gegend. Wir werden schon rechtzeitig beim Papst ankommen. Und wie ist sie so, die Unterwelt? Es gibt dort kaum Pflanzen. Alles ist irgendwie karg und leer. Die meisten Ebenen werden von Lavaflüssen durchzogen. Ich glaube, es würde dir dort nicht gefallen. Wahrscheinlich. Darf ich euch etwas fragen? Bitte, sag doch einfach du zu mir. Was möchtest du denn fragen? Ich habe mich gefragt, wie er so ist. Das kann ich verstehen. Primas ist an Weisheit und Güte kaum zu übertreffen. Er hat für alle unsere Sorgen ein offenes Ohr. Wenn du vor ihm stehst, ist es als ob ein warmer Schauer dich umgibt und du vergisst alle Sorgen, die du hast. Uns Engel hat uns nach seinen Bildern geformt. Daher sieht er selber wie ein großgewachsener Engel aus. Ich habe so viele Fragen, die ich seiner Heiligkeit stellen möchte. Dafür wirst du nach deinem Leben noch genug Zeit haben. Richte deine Fragen doch so lange an mich. Okay, was macht sie da? Tyrann ist ein Idiot! Wie kann er... Wie kann man nur so naiv sein und glauben, dass die Menschen ihm vertrauen? Spätestens wenn er den Stab erreicht hat, werden sie ihm in den Rücken gefallen. Vor allem dieser hässliche Leer würde ich niemals trauen. Bestimmt macht die ihm nur vor, dass sie was für ihn empfindet. Ein bisschen eifersüchtig. Ich verstehe nicht, wieso er nicht auf mich hört. Am besten nicht, ich passe die ganze Zeit auf ihn auf. Aber erstmal spreche ich ihn nochmal direkt drauf an. Okay. Wenn es denn sein muss. Irgendwie nervt sie, oder? Oh, was ist denn hier los? Hä? Ich wusste, dass ihr Verräter mir auf kurz oder lang über den Weg laufen würdet. Ihr ehrt euch, wir... Schweig! Die Kirche ärzt sich nie. Du hast große Schande über dich gebracht, als du dich diesem Abschaum angeschlossen hast. Du weißt doch gar nicht, worum es hier geht, Mensch. Ich bin ein Engel. Du hast mir zu gehorchen. Einem gefallenen Engel? Dass ich nicht lache. Es ist schon öfters vorgekommen, dass selbst Engel den Bösen verfallen sind. Führt's endlich ab! Oh, Mann. Ja. Und nun? Sag bloß, jetzt muss ich die Puzzer alleine spielen. Ach, was für eine dumme Frage. Ich muss ihn irgendwie befreien. Bin mal gespannt. Deswegen kommen wir auch nicht zurück. Das macht nun natürlich sehr Sinn. Oh, Selfie. Das ist also der Siegelstab. Natürlich ist er schon da. Und wie üblich, weit und breit nichts von Tieren zu sehen. Soll es wirklich so weitergehen? Oh, das hat jemand anders gesagt. Über was reden die dort? Freunde, ich möchte dich überziehen und werde deswegen an dieser Stelle einen Cut machen. Denn ich glaube, das geht noch ein Weilchen. Also, bis morgen. Wenn es wieder heißt, let's play Licht und Fizzenes.